ja herzlich willkommen bei elder scrolls online wir sind hier ein heus oder hughes macht oder wie auch immer ich habe immer noch nicht herausgefunden wie man das richtig aussprechen soll wahrscheinlich hughes macht und sind im begriff den nächste quest zu machen und zwar seyra macht sich sorgen am einen ehrgeizigen handelsfürst namens kosch sie will erfahren ob seine interessen sich mit denen der diebeskinder überschneiden ich sollte mit seyra sprechen und herausfinden was sie plant ja das werden wir auch tun übrigens ich war in den letzten tagen nicht faul heute ist der 22.03.2015 dienstag 19.17 da oben habe ich auch noch mal die uhrzeit stehen ich war nicht ich wollte ich was ganz anders sagen und zwar bin ich mittlerweile in der diebeskinder auf rang 9 12 ringe gibt es soweit ich weiß ist also bald ausgeskillt bald kann ich schleier der schatten ausfällt mal ganz kurz zu den skills die hier freigeschaltet habe finderlohn den hat man von haus aus sobald man die diebeskinder freischaltet diebesgüter sind kleine kästen die man über eine tamrel finden kann so können ausschließlich von mietgliedern der diebeskinder geöffnet werden das heißt jemand der die die diebeskinder erweiterung nicht hat der kann mit diesen kisten nichts anfangen so kopf geld fällt nach drei minuten um 46 euer erregtes aufsehen fällt nach drei sekunden um 36 wenn jetzt dann noch ein skill punkt setzen würde was ich jetzt nicht tue würde das kopf geld um 69 nach drei minuten fallen also deutlich schneller und das aufsehen um 46 so wird man das kopf geld schneller los aber ich denke ich werde da nicht mehr als einen punkt investieren das geht schnell genug man kommt auch so klar falschen gegenstände die bei helern verkauft werden erzielen einen um zwei prozent erhöhten preis dies gilt nicht für das schieben von gegenständen muss ich nicht unbedingt haben ich denke ich werde meine skill punkte für was anderes einsetzen dann das hier ist ganz gut das habe ich gern freigestaltet nachsicht ihr könnt euch einmal am tag herausreden wenn ihr von einer wache gestellt werdet durch nachsicht wird die wache euch wieder verhaften noch euch gold abnehmen oder eure gestohlenen gegenstände konfiszieren die wachen werden darüber hinaus eine minute lang äh nicht erneut versuchen euch zu stellen außer er macht euch weitere vergehen schuldig und das hier ist auch ganz nützlich zeitiges entkommen wenn ihr euch in einer stadt mit einem gesetzlosen unterschlupf im kampf befindet und ein kopfgeld auf euch ausgeschrieben ist habt ihr eine chance einen strauchdieb zu erblicken eine interaktion mit diesem strauchdieb wird dem spieler sicher in den nächsten gesetzlosen umgang unterschlupf befordern das ist wohl so eine art teleporter funktion ich hatte aber noch keine gelegenheit das zu testen achso der letzte skill wäre schleier der schatten die sichtweite von zeugen und wachen ist um zehn prozent verringert die chance dass zeugen eure taten bemerkt ist geringer und ihr werdet von den wachen nur gestellt wenn sie näher kommen also da werde ich auf jeden fall einsetzen weil das die wahrscheinlichkeit verringert entdeckt zu werden so was ist das hier gleich wieder ach so das sind verbrechensserie ah ja das ist eine von diesen tagesquests wir sollen jetzt in geradwald gehen nach geradwald gehen und wertversetzen das habe ich schon mal gemacht das sind also endlos quest die man immer wieder bekommt wir machen aber das lange spiel so zeit ist er ist ja klar mit ihr haben da müssen wir schauen ob bei velaya der schädel da ist weil mit velaya haben wir den schädel ja nicht mitgenommen aber hier ist er da na das ist ein serrana habe ich ihn dir genommen da seid ihr ja erinnert ihr euch noch an silberkralle den freund von welser er ist ziemlich dankbar dass ihr sein hauptbuch zurückgeholt habt anscheinend hat er die ohren nach neuigkeiten über diesen handelsfürsten namens kosch offen gehalten was schert sich die die bis gilt er denn um kosch als kosch das lagerhaus von silberkralle übernommen hat schnappte er sich damit auch sämtliche ehler geschäfte die wir kontrollierten und wenn er es schon auf unsere alten geschäfte abgesehen hat ist die chance recht groß dass er sogar noch mehr will skoma handel sklaverei dinge die wir nie angerührt haben was soll ich eurer meinung nach tun bevor wir kosch einen ordentlichen tritt in die geldbörse verpassen können will ich dass ihr herausfindet wie sehr er sich schon die hände schmutzig gemacht hat ich habe die anderen vorgeschickt um etwas vorarbeit zu leisten fangt mit schleicht leise an sucht am hafen nach ihm nun gut ich werde nacht schlachten ich habe quen auf eine eigene mission geschickt welser auch sie hat mich nicht mal in frage gestellt sie hängt bestimmt wieder irgendetwas aus die die beskindle handelte weder mit skroman noch mit sklaven als nikolaus noch gildenmeister war überzeugte ich ihn davon die geschäfte mit den skroman händlern aufzugeben ganz gleich was ich von diesem gift halte es ist einfach schlecht fürs geschäft und die diebesgilde hat nie mit sklaven gehandelt einer der wenigen punkte in denen welser und ich einer meinung sind was wissen wir über kosch nicht genug einige der handelsfürsten ziehen es vor im verborgenen auf den richtigen zeitpunkt zu warten während enge vertraute aus ihrer dienerschaft in ihrem namen die geschäfte tätigen dann offenbaren sie sich wie ein käfer im pudding doch was kosch auch immer vorhaben mag er verbirgt sich nicht mehr im schatten und kleinigkeit noch am rande ich habe jetzt reflektionen von nichts auf mittel erhöht und man merkt es in rüstungen auch an es wirkt eher wie leder als vorher also irgendwie ich könnte es theoretisch noch auf hoch drehen aber jetzt schaue ich erstmal wie es auf mittel läuft und dann kann ich immer noch mal schauen ob ich es auf hoch drehen werde das nur mal so ganz am rande trefft schleicht am schatten quatsch am hafen gut dann machen wir das hü 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 weil ich gedacht habe das mache ich sowieso nicht aber so schlecht ist es gar nicht und deswegen bin ich momentan auch mit einem veteran 15 blitzstab lehrend ausgerüstet obwohl ich mittlerweile auch einen v16 haben könnte das wäre dann ein flammenstab aber wie gesagt lehrend und zwar nochmal das habe ich jetzt zu schnell gemacht er erlaubt es euch den umgang mit diesem gegenstand 126 schneller zu erlernen und ein veteran 15 stab ist billiger in der herstellung als ein veteran 16 stab der braucht nämlich 10 mal so viel rohstoffe ja ist leider so der v15 stab hat was weiß ich 13 oder 14 und ein v16 stab würde entweder 130 oder 140 oder so ähnlich kosten ist tatsächlich so das ist kein bug das ist so gewollt fragt mich nicht warum ich finde es ein wenig seltsam aber ist halt so ich kann es nicht ändern deswegen da war es auch so lange meine meine ausrüstung jetzt auf v16 zu kriegen da ich habe zwar schon einiges erreicht wie mir hier sein es ist 46 an der 2 wagen ist für die schwer durch der 25 auf sich die schwert ist mit ihrer rüstung hat er vielleicht ja quatsch gerade das momentan nicht schildes in vor 16 einer ist noch 15 da muss ich nur einen bauen und ja das ist die mittlere rüstung da habe ich noch nicht genug leder man braucht ja gut 700 leder um mal fünf teile zu bauen da wollte ich gar nicht hin wo soll ich hin gut es ist ein bisschen verwirrend am anfang hier vor allem jetzt wo ich anders abgebogen bin als ich hätte abbiegen sollen ich will darauf geht's ja nicht ich mach doch das jetzt zum ersten mal so geht doch also inzwischen haben sie zwei kleine patches gehabt das heißt also die damit wollten sie unter anderem die rosa tierchen die im letzten video noch zu sehen sind die wollten es damit lösen ich habe heute schon ein bisschen gespielt und habe keine rosa füchern mehr gesehen ich kann aber nicht garantieren dass sie wirklich weg sind ich habe halt heute noch keine gesehen da will ich nicht hin menschen moment schlecht leise am hafen wo ist das auf jeden fall nicht hier der hafen ist dahin ich vergebe meinen fein ja bei karrisse ist rüstung sieht man auch die reflektionen jetzt also ist schon unterschied schaut schon besser aus als vorher und dann wie gesagt noch auf mittel wenn das gut läuft werde ich mal auf hoch probieren und wenn das keine probleme macht dann aber ich glaube zwischen mittel und hoch ist der unterschied so gering das merkt ihr auf der youtube ablösung gar nicht kann ich mir eigentlich sparen was ist denn da los kommt jetzt so eine trippe oder nicht da braucht er jetzt gerade lang um die text von zu laden ja das ist ein nebeneffekt von das dürfte ein nebeneffekt sein von der mittleren reflektion da dauert es länger um die zu laden muss ich beobachten hier irgendwo ist doch der hafen oder guck guck ist irgendwie da runter sag mal wie guckt man denn da hin bin ich hier richtig nein da will ich nicht hin heilandsblechle also so richtig zu hause bin ich hier noch nicht ich finde zwar inzwischen zuverlässig den weg vom teleporter bis hin zum zur zuflucht aber woanders finde ich noch nicht gut hin also ja das schaut schon eher nach treppe aus so soll das ausschauen dieser hat keine zeit für geschwitz diese auch nicht ich würde gerne ganz einfach darunter reiten ohne irgendwie runterhüpfen zu messen ich will ja mein pferd nicht ärgern so geht doch und absteigen schleicht leise ihr kommt genau rechtzeitig was hat unsere geschätzte gildenmeisterin euch erzählt teira meinte sie hätte euch vorgeschickt um ein wenig vorbeizulasten gut denn ich habe etwas gefunden der kapitän der traumschlange war immer schon an schnellem geld interessiert selbst für eine piratin ist die schlampig so dass sie das ideale opfer für kosche ist sie und ich haben eine unschöne vorgeschichte haltet sie lieber fern von mir in ordnung wobei soll ich euch helfen sie trifft sich in der nähe mit einem kontakt sie neigt zur prahlerei warum sucht ihr euch nicht ein ruhiges plätzchen und hört euch an was sie zu sagen hat aber der kapitän ist ein gewohnheitstier sie bewahrt ihre dokumente immer in der traumschlange auf schaut dort nach falls ihr keine lust habt jemanden zu belauschen ich nehme an dass was er da in der hand hält ist ein quamereiser im frühstück ich werde sehen was ich herausfinden kann sammelt so viele informationen wie ihr könnt und trefft euch dann mit quen in der nähe des hafens sie hat zwar ihre eigene aufgabe wird aber zweifellos eure unterstützung brauchen oder ist das nur frucht ich kann es nicht gescheit erkennen aber schaut hübsch aus irgendwie es könnte ein ei sein es könnte eine frucht sein ich sollte mich nicht ablenken lassen sammelt so viele informationen wie ihr könnt und ja genau ihr hattet eine unangenehme vorgeschichte mit dem kapitän der traumschlange erwähnt ich habe dem kapitän mal erzählt ich wäre ein reicher prinz der ein schiff sucht um seine schätze zu transportieren da ließ sie mich ihre schmuggelverstecker an bord inspizieren und ich räumte sie daraufhin bis auf das letzte hemd aus nun ja nicht ganz die augenklappe die habe ich ihr gelassen eben ja ich glaube ich kann mir vorstellen wie was da ablief was haltet ihr da genau ein harpyien ei die sind einfach zum spein ich käme nie auf den gedanken wirklich eines von denen zu essen aber sie sind auffällig genug um von mir abzulenken die leute sagen guck dir diesen agonia mit diesem widerlichen harpyien ei an und nicht schau mal da dieser agonia hat einen hervorragenden modegeschmack es stimmt es hat es hat funktioniert mich hat das ei abgelenkt und zwar sogar vom text genial lebt wohl gut dann schauen wir mal ganz kurz ok wir sollen entweder kapitän evani belauschen oder dessen logbuch stehlen und dazu muss ich da hin ich nehme das was ich was ich zuerst größe lust auf leicht verdientes gold später nicht jetzt schätzchen ganz schlechter zeitpunkt du willst doch keine zeugen auf youtube oder so und da hoch vielleicht sollte ich mal einen schleichen schleichen mit schwerer rüstung kling klang diese hört viele gerüchte aber nur wenig wahrheit schepperdengelbeng leise soll es denn gleich jeder hören aha ich soll mich da wohl verstecken ok ist mir recht benutzen eure leute müssen mit kosch gesprochen haben wir waren auf see warum einem händlerfürsten der einen anteil will von unserem skoma lieferanten erzählen sei es drum kosch verlangt dass ich allein in die zitadelle von noschira komme ins hauptquartier des eisenrats was hat er denn mit dem nein sagt es mir nicht ihr trefft ihn besser bevor er uns beiden soldaten des eisenrats nachschickt ja ok kosch hat also dreck am stecken der hand hat wohl doch nichts rum oder der schein trügt und zwar total das dürfte noch interessant werden dass sich jemand als kosch ausgibt oder so das kann natürlich auch sein wow ist dieses tolles schiff und glaubwürdig auch noch echt also wow sag mal das erinnert mich noch an gothic zeiten da konnte man da konnte man in corinnes an port der esmeralda auf die seile da hoch und bis ganz darauf ins gränenes drauf wenn man geschickt genug war habe ich auch schon gemacht aber leider nicht für youtube gefilmt zu dieser zeit ein freund segelte auf der vagabund als ihr vizefugt pelitil besiegt habt die geschichten die er zu erzählen hat so quen am hafen treffen grüße grüße ist das ne treppe jawoll das ist ne treppe grüße ist das eine schnitzelbank ja das ist eine schnitzelbank ist das nicht ein wagenrad ja das ist ein wagenrad wagenrad schnitzelbank das komme ich jetzt auf das lied wieder oh also man ich merks ich weiß nicht besser wie es ist ich merke jedenfalls dass ich die grafik höher schrauben konnte mit dem 64 bit klienten Saira meint, ich soll auf euch warten, wenn ich fertig bin. Nun, ich bin fertig. Irr ich mich oder hatte die Stimme von Serana? Also aus Skyrim. Was habt ihr gefunden? Das überflutete Viertel, in dem Welsa lebte. Die Leute dort wussten nach der Flut nicht, wo sie hin sollten. Einer der Vorarbeiter auf der Werft bot ihnen Arbeit, Nahrung und einen Platz, wo sie unterkommen konnten. Das klingt nicht nach einem Problem. Das habe ich Saira auch gesagt. Wisst ihr, was sie mir antwortete? Hätte Zulguk auch nur einen Funken Anstand im Leib, würde er ihn sich herausschneiden und ihn verkaufen. Ich wüsste längst, was er vorhat, wenn Saira mir trauen würde. Aber ich darf bloß die Lage auskundschaften, während ihr den lustigen Teil übernehmt. Und was genau soll ich für Saira tun? Zulguk hat ein Treffen mit einem kaiserlichen Kunden in einem Gasthaus in der Nähe vereinbart. Es könnte sich lohnen, es zu belauschen. Oh, das Gasthaus hat ein Zimmer an Ventilias Proximus vermietet. Einen kaiserlicheren Namen habe ich noch nie gehört. Wahrscheinlich der Kunde. Das Schloss des Zimmers wirkte... unpassend. In Ordnung, ich gehe der Sache nach und dann? Sucht Welsa auf, sobald ihr fertig seid. Sie trifft sich mit Silberkralle in seinem Laden. Wusstet ihr, dass er einen Laden hat? Ich frage mich, was er verkauft. Gwen, stimmt etwas nicht? Es ist nichts. Ich... Ach, es ist nichts. Geht es dabei um euren Vater? Wie könnte es anders sein? Es ist so schwer, all das hier wirklich ernst zu nehmen. Wenn ich an der Akademie mehr gelernt hätte, hätte ich auch schneller meinen Abschluss gemacht. Er wäre gekommen, um sich die Zeremonie anzuschauen. Er wäre nicht da gewesen, als... Dann wärst du jetzt keine Diebin, oder? Das willst du mir sagen. Äh... Ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern, Gwen. Kommt sie... Das könnt ihr nicht wissen. Ich weiß. Ich weiß, aber... Wenn ich mir das selbst sage, dann fühlt es sich wie eine Lüge an. Nun, hör sich mal einer an, wie ich daherrede. Ich halte euch nicht länger mit meinem Gefasel auf. Das ist schon in Ordnung. Wir sehen uns dann später. Das hört man gerne. Wir sehen uns später, Partnerin. Die ist eigentlich viel zu nett für den Job in der Diebeskilde. Äh, ja. Hängt es vielleicht mit dem Poppenleben zusammen? Das ist eine Quest von Gwen. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Spricht mit Gwen im Nieren Dachversteck. Vielleicht hätte ich das zuerst machen. Es kann sein, dass ich... Das jetzt... Falschum. Ja gut, kann ich ja noch machen. Ich brauche ja nur die Reihenfolge der Videos umkehren. Ist vielleicht gar nicht so blöd. Ich brauche ja nur die Reihenfolge der Videos umkehren. Habt ihr etwas gehört? Falls ich das getan haben sollte, die Reihenfolge der Videos umgekehrt haben sollte, dann habt ihr das ja schon gesehen. Das habe ich in diesem Zeitpunkt noch nicht entschieden. Ihr hättet niemandem von unserer Abmachung erzählen sollen. Ich brauche eure Freiwilligen für meine Experimente. Ich würde meinem Lieferanten niemals das Geschäft verderben. Woher wusste Kosch von unserem Geschäft? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn ihr keine warmen Körper mehr liefern könnt, suche ich mir wen anders. Dann betet, dass ich aus der Zitadelle von Noshira zurückkehre. Wenn Kosch etwas mit dem Eisenrad zu schaffen hat, sind wir beide tot. Was, wenn Kosch etwas mit dem Eisenrad zu schaffen hat? Ich dachte, der Eisenrad, der jagt die Liebesbilder. Und Kosch steht doch gerade bei mir in Verdacht, mit Skoma zu handeln. Und was war das gerade mit den warmen Körpern der Macht einer Experimente, so wie es ausschaut. Also entweder hat dieser Kosch ganz besonders viel Dreck am Stecken. Ja, wir werden es erfahren. Der Schwälder im Laden von Silberkale. Ah, meine diebische Freundin. Schnell, wir müssen reden. Das müssen wir, das stimmt. Wie schade, dass ich euch mein Willkommen entbieten muss, denn ich bringe höchst unglückliche Kunde. Was ich euch schon bald eröffnen werde, wird euch sehr beunruhigen. Dafür möchte ich mich in aller Form und in aller Demut bei euch entschuldigen. Raus mit der Sprache, was meint ihr? Ah, der Ausdruck in eurem Gesicht ist unverwechselbar. Er sagt, wenn ich eurem Gesicht einmal die Worte aus dem Mund nehmen darf, Friede sei mit dir, mein außerordentlich gerissener Handelsfreund. Atme zuerst ein paar Mal ordentlich und ganz entspannt durch, ehe du mir verrätst, um was es geht. Ein Haus Ein Haus Ein Schwätzer Silberkale erzählt mir endlich, was los ist. Welzer ist in die Zitadelle von Noshera aufgebrochen. Sie zwang mich bei unserer langen und profitablen Freundschaft zu schwören, dass ich dies keinem offenbare. Doch euer gründliches Verhör ließ mir keine Wahl. Ich weiß nicht, warum sie zum Hauptquartier des Eisenrats gereist ist, aber ich sorge mich um ihre Sicherheit. Was soll ich tun? Ich möchte natürlich, dass ihr ihr nachgeht. Aber ihr seid so auffällig. Das Eisenrat wird gleich wissen, dass ihr fehl am Platz seid. Dann ist es also beschlossene Sache. Ihr werdet euch mit dem prächtigen Percius Locke im diamantenen Fingerhut treffen. Er wird euch dabei helfen, eine passende Verkleidung zu erhalten. Sagt ihm, dass ich es war, der euch geschickt hat. In Ordnung. Ich bin schon unterwegs. Welzer hat mir zugesichert, dass sie die Außenbereiche der Zitadelle von Noshera nicht verlässt. Sie hat es mir zugesichert. Oh je. Sie wurde gewiss schon gefangen. Wär es Percius Locke oder Locke? Ein geschätzter Freund. Doch das war er nicht immer. Einst waren wir ernste Rivalen bei der Einfuhr von feiner Seide. Doch er stellte sich als guter Sieger heraus und entlohnt mich bis heute für jeden, den ich an ihn weiterempfehle. Ehrlich gesagt, ist er also ein ehemaliger Rivale. Aber recht großmütig. Okay. Gut, dann wieder Asse. Abas Landung. Ich werde wohl da rauf müssen, so wie es ausschaut. Ei, ei, ei. Und da sind wir wieder bei der Schnitzelbank. Ist das nicht ein Hin und Her? Ja, das ist ein Hin und Her. Wagenraut, Schießgewehr, Schnitzelbank, Hin und Her. Das Lied ist unter Deutsch-Amerikanern äußerst beliebt. Bei uns in Deutschland seltsamerweise weitgehend vergessen worden. Könnt ihr mal nach der Schnitzelbank suchen. Die meisten Videos auf YouTube mit der Schnitzelbank. Schnitzelbank, Lied. Ja, also Lied, Song, irgendwie. Sind aus den USA die meisten. Hallo, ich rede mit dir. Haltet still. Eure Gewandung ist... Das ist doch kein Blutfleck. Oder etwa doch? Doch. Ach, Silberkrall meinte, ihr könntet mich mit einer Verkleidung versorgen. Hat er das? Nun gut, etwas atemberaubendes, damit ihr auf der Abendveranstaltung des Handelsfürsten so richtig auffallt? Oder eine Kombination aus lächerlichen Schlitzen und Falten, was euch auch in einem Bordell gut zu Gesicht stünde? Puh, bring mich nicht auf solche Ideen. Ich muss in die Zitadelle von Noshera hinein gelangen. Wenn ihr einen Anzug für eine Beerdigung wollt, dann verlangt das Eisenrad sehr viel weniger als ich. Aber vielleicht... Ja. In der Gewandung eines Dieners könnt ihr frei umherstreifen, zumindest über der Erde. Und da es meine eigene Schöpfung ist, wird der Stoff atmen. Doch das wird euch etwas kosten. Was, wenn ich nichts betan will? Dann muss ich wohl davon ausgehen, dass ihr aus Abbas' Landung kommt. Aber ich kenne eine gewisse Person, die noch nicht für eine ebensolche Gewandung bezahlt hat. Wenn ihr sie in meinem Auftrag zurückerlangen könntet, würde ich sie als Bezahlung einfach eurem Besitz überlassen. Ich werde darüber nachdenken. Ich sähe es zwar lieber, wenn ihr diesen Schmarotzer um seine Kleidung erleichtern würdet, aber wenn ihr euch sträubt, ein paar Münzen zu sparen, dann kann ich euch das Gewand auch sofort verkaufen. Seid gewarnt. Im Inneren des Hauptquartiers des Eisenrads wird euch die Verkleidung nichts nützen. Weil man dort unter Verfolgungswahn leidet. Im Inneren sind keine Diener erlaubt. Soweit ich gehört habe, kümmert sich das Eisenrads in seinem Hauptquartier stets selbst um alles. Jeder, der nicht zum Eisenrads gehört oder von einem der ihren begleitet wird, wird umgehend angegriffen. Eine wahrhaft edle Vereinigung. Könnt ihr mit keiner Uniform des anderen Eisenrads schneidern? Ich wäre zwar dazu in der Lage, doch würde ich das niemals tun. Ich lande lieber nicht in einer Gefängniszelle. Und nur die Uniform allein macht noch keine Verkleidung. Sie haben viel zu viele eigene Signale und besondere Verhaltensweisen. Man würde euch sofort entlarven. Das ist schlecht. Was habt ihr anzubieten? Diener Kleidung. 900. Ach, ich mache die Zusatzquest. Einfach aus Interesse. Und jetzt schauen wir uns dieses Kleid nochmal an. Na? Schon nicht schlecht. Ja, also. Hat was. Ich komme nicht näher ran. Schade. Aber. Ja. Sehr schön. Und was haben wir hier? Sowas ähnliches habe ich doch schon mal gesehen. Hm. Okay. Wir haben ein bisschen umgestübert. Ähm. Ich sehe es zwar lieber, wenn ihr diesen Schmarotter... Was sagt denn das? Stehlt die Diener Kleidung. Das machen wir auch einfach aus Interesse. Wäre doch schade, wenn ich euch diese Nebenquests... Warte mal, ich ganz kurz reingucke. Nein, will ich jetzt nicht. Ich wollte nur wissen, was drin ist. Wäre doch sch... Achso, äh. Ich könnte hier mal ganz kurz einen Cut machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.